Kann es sein, dass der US-Geheimdienst CIA von Deutschland aus Computer ausspioniert? Das legen zumindest Dokumente nahe, die die Enthüllungsplattform Wikileaks jetzt veröffentlicht hat. Das US-Konsulat in Frankfurt am Main. Wenn stimmt, was in den Dokumenten steht, liegt hinter diesen Zäunen ein Zentrum der CIA für elektronische Spionage. Von hier hacken sich die Amerikaner angeblich in Computer oder Smartphones und, so die Vorwürfe, verwandeln sogar Fernseher mit Internetanschluss in Abhöreinrichtungen. Weder die CIA noch der Sprecher von US-Präsident Trump wollten diese Vorwürfe bisher kommentieren, dass die USA Deutschland als Spionagestandort benutzen. Das haben wir ja erfahren schon während der NSA-Enthüllungen. Was bedeuten diese neuen möglichen Spionagevorwürfe? Darüber spricht Christiane Mayer in Berlin jetzt mit dem netzpolitischen Sprecher der Grünen mit Konstantin von Notz. Guten Morgen nach Berlin. Ja, guten Morgen nach Köln. Tatsächlich ist es so, da sitzt also offensichtlich in Frankfurt eine kleine Hackertruppe des CIA. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Mayer. Vielleicht ist die Hackertruppe auch gar nicht so klein, aber wir wissen jetzt, was die tun. Die verwandeln Geräte wie Fernseher und Telefone in Spionagemittel. Und wen sie ausspionieren, haben wir natürlich noch nicht gelernt. Aber ist das eigentlich nicht die Natur des Spionierens, dass man versucht, genau das zu tun? Also klar ist die Ausforschung auch Teil der Geheimdienstarbeit. Aber sie muss sich eben in Rechtsstaaten auch an Recht und Gesetz halten. Und man muss sagen, wir reden hier über einen massiven Angriff auf die IT-Infrastruktur. Das sind Hintertüren in unserer aller Kommunikationswelt. Und die kann dann eben von Geheimdiensten, aber eben auch von jeder organisierten Kriminalitätsorganisation verwendet werden. Also wir haben ein massives Problem bei der IT-Sicherheit. Wie kann man denn damit überhaupt umgehen? Ja, ich glaube, man muss problembewusst sein. Es ist die Schwierigkeit, dass man eben dieser Kommunikationsinfrastruktur nicht komplett vertrauen kann. Aber das ist natürlich in einem Rechtsstaat, in einem freien Land wie der Bundesrepublik ein Problem. Es gibt legitime Ziele von Diensten und Sicherheitsbehörden. Wenn man den Terroristen XY ablauscht, dann ist das natürlich ein legitimes Ziel. Aber man muss verstehen, dass über 90 Prozent der Arbeit, die Dienste machen, auch der Deutschen, sich eben nicht auf Terrorismus beziehen, sondern auf alles Mögliche. Und da gibt es schon ein massives Rechtsstaatlichkeitsproblem. Nun ist diese Anleitung, die innerhalb der CIA da offensichtlich vorliegt, wie man was ausspionieren kann, all das ist bei Wikileaks erschienen. Wikileaks steht jetzt ja doch auch unter dem Generalverdacht, sehr russlandfreundlich zu sein. Wir haben auch noch nie irgendwas gegen russische Spionageversuche dort veröffentlicht gesehen. Trauen Sie diesen Veröffentlichungen und macht einem das nicht nachdenklich, woher das vielleicht kommen könnte? Also man muss schon auch kritisch auf Wikileaks gucken und es hat immer eine politische Tendenz. Man muss ihnen hier zugute halten. Hier haben sie das erste Mal eben auch Sachen geschwärzt, also Klarnamen rausgenommen. Nicht einfach alles online gestellt, menschengefährdet, das ist gut, aber es atmet immer eben auch die Tendenz, aus einer Richtung zu kommen. Und man muss sich völlig klar machen, dass der Fingerzeig in die USA, der hilft uns überhaupt nicht weiter. Diese Dinge werden natürlich auch von russischen Diensten gemacht, aber auch von deutschen Diensten. Dass eben hier gezielt EU-Institutionen, Freunde, Nachbarstaaten, Parlamente ausgespäht werden. Das ist das täglich Brot aller Geheimdienste, auch der Deutschen. Und da brauchen wir klare rechtsstaatliche Linien, die gibt es bisher so nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man jetzt damit um? Wir wissen, es ist also rechtsstaatlich mindestens fragwürdig, was da passiert ist bei den Amerikanern in Frankfurt, also auf deutschem Boden sozusagen. Auf der anderen Seite eine politische Reaktion habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nein, und das ist das Problem. Die Bundesregierung, Frau Merkel, ist spätestens seit den Snowden-Veröffentlichungen bösgläubig in dieser Frage. Und es ist völlig klar, Spionagetätigkeit eines ausländischen Nachrichtendienstes in Deutschland ist strafbar. Das geht nicht. Die Amerikaner haben sich damals geweigert, dieses No-Spy-Abkommen zu unterschreiben, also auf deutschem Boden sich an deutsches Recht zu halten in allen Fällen. Und das kann gut ein Grund dafür sein, dass es eben diese Einheit gibt. Ich finde, wir brauchen eine Diskussion darüber. Insofern ist es gut, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Und wir brauchen klare rechtsstaatliche Linien, damit man eben der IT vertrauen kann, damit wir IT-Sicherheit bekommen. Die Bundesregierung sagt das immer in Sonntagsreden, getan hat sie die letzten vier Jahre gar nichts. Stöpseln Sie denn Ihren Fernseher dann aus abends in Zukunft, der ja anscheinend auch zurückgucken kann neuerdings? Ja, es ist nicht nur der Fernseher, sondern es ist eben auch das iPhone, der Computer und viele andere Geräte, die dann zu Wanzen umfunktioniert werden können. Das ist einfach ein massives Problem. Und Sie können das in der parlamentarischen Arbeit sehen, wir verbannen alle elektronischen Geräte. Das darf eigentlich 25 Jahre nach dem Ende der DDR keine Praxis in einem Rechtsstaat sein. Dankeschön. Konstantin Vernotz, der netzpolitische Sprecher der Grünen. Und Fernseher ausmachen? Jetzt noch nicht. Erst später.